Wieso liegt hier eine Knarre? Ich hab gewonnen! Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Go back! Wasser! Oh, hab ich jetzt Gänsehaut! Wo bin ich denn da gerade reingelaufen? Was geht ab Leute und herzlich willkommen zurück! Und zwar bei einem neuen Game und zwar heißt es Get a snack at 4 am Wer kennt es nicht? Wer wacht nicht mitten in der Nacht auf um 4 Uhr morgens und sagt Jetzt ein Snack! Ja, gerne! Jetzt ein Snack! Auf jeden Fall entweder Chips oder irgendwas anderes Gummibärchen, keine Ahnung was man so als Snacks Ich esse das da natürlich alles nicht! Nein, natürlich nicht! Auf jeden Fall, ich wach zum Glück nicht mitten in der Nacht auf und sag so, ich hab Bock auf Snacks Deshalb hab ich das Problem nicht, aber wir schauen mal rein, was hier für ein Problem ist Ich mach einfach mal Play und schau mir das Spiel jetzt einfach mal an So, welcome Don Donatello! Welcome! It's me! Yourself, Con! Zeig dich schon mal sehr gut an! I'm interrupting your sleep to say that you are starving! Aha! Also das heißt ich verhungere gerade! Okay! Das heißt, wenn ich um 4 Uhr morgens aufwache darf ich wahrscheinlich niemanden wecken, der mit mir im Haus ist Entweder meine Mitbewohner Alles klar! Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor Ich meine, ich kann kein Englisch Wach jetzt einfach mal auf! Trophy Collection Okay! Also, ziemlich traurig, dass ich hier Leute, wie cool ist das denn? Hier steht einfach Trophy Collection Ich hab einfach keine einzige Ja, das ist halt so Okay, und hier sehe ich 4 Uhr 3 Die Zeit läuft ziemlich schnell Die Sekunden sind 12 12 Sekunden sind das! Okay, 12 Sekunden ist hier eine Sekunde Okay! Get a snack at 4 am Okay! Was ist das hier? Was ist das hier drin? No item! Ja, dann geh ich auch mal raus! Also, so! Oh Mann! Okay, krass! Da ist ein Foto! Ich weiß nicht, bin ich das? Keine Ahnung! Was ist das denn? Ah! Das ist doch hier der andere! Good one, bro! I'm going to last! Okay! Turn the lights on! Mhm! Ich weiß nicht, ob ich das machen soll! Okay! Oh! Was ist das denn hier? Pick up! Ah! Das ist Cash! Carpet! Okay! Okay! Und jetzt? Ja! Hier ist ein Snack! Thanks for playing! Kein Problem! Also hier! Wieso ist Geld im Kühlschrank? Und was ist hier oben das? Okay! Ich hab 12 Cash! Und ich hab was zu trinken! Kann ich jetzt einfach trinken? Ich trinke jetzt einfach hier so mein Energy Drink! Jetzt bin ich wieder wach leider! Ah! Hier! Ey! Was? Got orange? Okay! What have you done? Ich weiß es nicht! Ending! Orange! Orange! Oh no! Ending orange! Wieso? Wieso? Oh no! Okay! Ich probier das ganze nochmal neu! Ähm! Es ist 4 Uhr! Okay! Ich muss jetzt hier auszuhören! Get a snack at 4am! Okay! Oh! Hier liegt wieder Geld! Cash! Hab ganz schön viel Cash! Liebes Cash in meinem Geldbeutel zu haben! Oh! Father Figure! Also hier ist anscheinend eine Fa... Oh! Eine Vater Figur in der Badewanne! Dead! Wake up! Ich weiß nicht, ob ich das machen soll! Wieso ist hier... Ist die Wand kaputt? Ich sammle auf jeden Fall das ganze Cash ein! Gott Kolgarte! Ich hab Kolgarte Leute! Ist das ein Snack? Ich hoffe... Ich hoffe nicht! Turn the lights on! Nein! Okay! Dead! Okay! No! Verlassen! Oh! Nein! Okay! Du wurdest in der nächsten Kick! Okay! Leute! Weckt nicht euren Vater auf! Mitten in der Nacht um 4 Uhr! Um was zu essen zu bekommen! Weil dann gibt's einfach nur Ärger! Und das wollt ihr einfach nur vermeiden! Das heißt! Okay! Das Spiel habe ich jetzt leider nicht geschafft! Aus irgendeinem Grund! Okay! Der Grund ist mir eigentlich ziemlich bekannt! Und zwar darf ich nicht äh... Meine Vater Figur wecken! Vater Figur! Hört sich auch schon so lustig an! Also ähm! Ja! Es ist halt... So! Okay! Ich muss jetzt mal hier Cash einsammeln! Ich weiß ja das ganze auf Zeit ist ehrlich gesagt! Weil... Wieso liegt hier ne Knarre? Oh mein Gott! Das dauert mir zu lange um hier aufzuheben! Oh nein! Ich will Dead nicht wecken! Nochmal hier! Dann verliere ich wieder! Nein! Ist irgendwas drin? No item! Okay! Colgate gab's! Und wieso ist hier so ne fette Zahnbürste? Ich hab keine Ahnung Leute! So ne fette Zahnbürste! Schnell raus aus dem Bad! Das war das Bad! Okay! Jetzt war ich hier aber drin! Wieso liegt hier überall Geld auf dem Boden? Also... Ganz ehrlich! Da würde ich auch gerne wohnen! Wo hier so viel Geld auf dem Boden liegt! Bin draußen! Hey! Die Frage ist... Ich sag jetzt das ganze Geld... Muss ich jetzt wirklich raus gehen ins Restaurant? Bei dem Schnee? Please do not! Ah! Hier steht sogar! Pick up! The ordinary orange! Pick up! Please do not! Okay! Aber was ist das denn hier? Chips! Inventory full! Was? Iiiiih! Ess ich jetzt die... Oh nein! Bitte nicht! Lass mich nicht die Colgate essen! Ich hab verloren! Ending! Toothpaste! Oh mein Gott! Wie eklig war das denn? Hab ich gerade! Das würde ich nicht empfehlen! Zahnpasta zu essen! Ich glaub nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert! Aber ich weiß es auch nicht! Oh! Hier ist übrigens noch Geld! So! Okay! Ah! Ich hab hier aber Orange! Meine zwei Trophäen! Okay! Also ich... Okay! Das ist aber sehr komisch! Muss ich sagen! Ich hab sehr komische Trophäen! Und zwar... Ich hab die Trophäen, bei denen ich versagt habe! Bei dem ich das Spiel... Wo ich da wirklich komplett versagt habe! Weil ich mir so... Hm! Keine gute Idee! So! Ich sammle nochmal ein bisschen Cash ein hier! Das Licht mach ich auf keinen Fall im Bad an! Ah! Hier ist auch noch ein bisschen Cash! Okay Leute! Also es gibt hier ganz viel Cash, das man hier einsammeln muss! Und ich habe wirklich die Befürchtung, dass ich wirklich nochmal rausgehen muss! Und ähm... Draußen... Ein bisschen... Äh... Vielleicht... Sogar noch... Mir Snacks holen soll! Ist hier noch irgendwas? Auch kein Item! Was ist das denn hier? Place Item Plate... Oh mein Gott! Ich glaube ich... Chips! Oh! Leute! Leute! Ich hab's glaube ich! Ach ja! Ich hab den Kühlschrank vergessen! So! Erstmal... Und hier kommt... F drauf drücken! Okay! Yes! Ich hab' gewonnen! Ich hab' gewonnen! Oder? Ich hab' gewonnen! Ending! Epic Breakfast! Yes! Okay! Ah! Und hier ist es halt... Ich hab' ein Epic Breakfast bekommen! Okay! Ja! Ich hab' wieder null Cash! So jetzt... Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich werd' jetzt einfach... Ich werd' jetzt einfach mal... Ähm... Ich werd' jetzt einfach mal äh... Dings nehmen! Hier ist auch noch ein bisschen Cash! Das ganze Cash schon mal rausgehen! Ich würde mal wissen, was ich mit der Waffe machen kann! Boah! Das dauert mir viel zu lange, Leute! Schaut euch mal an, wie lange man die Waffe zum Aufheben braucht! Keine Zeit dafür! Ich will nen Snack! Ich will nen Snack! Oh mein Gott! Wo bin ich denn hier? Go back! Was? Boah! Hab' ich jetzt Gänsehaut! Wo bin ich denn da gerade reingelaufen? Uff! Leute! Schnell weg! Schnell weg! Schnell aus diesem Haus hier raus! Hallo? Auf gar keinen Fall! Aber anscheinend gibt's hier noch mehrere Endings! Weil... Äh... Also... Man kann mehrere Arten das Spiel zu beenden! Und ich hab' jetzt ja glaub' ich schon ein paar Mal das Spiel so beendet! So dass ich jetzt halt hier noch ein bisschen sag' mal... Inventory Full! Okay! Dann werde ich jetzt hier einfach mal... Ah! Das kann ich auch einfach trinken! Bestimmt! Und dann kann ich hier... So! Dann kann ich jetzt hier aus dem Haus gehen, ne? Leute! Ich geh' da auf gar keinen Fall nochmal rein! In dieses ganz komische Haus da! Okay! Wo muss ich jetzt hier lang? Get a snack at 4am! Okay! Oh! Da blinkt was! Das sieht aus wie so'n Supermarkt! Ich glaube da kann ich einkaufen gehen! Da geh' ich jetzt erstmal schön einkaufen! Und... Hier liegt auch wieder überall Geld! Da hätt' ich gar nicht mein Geld vom Saugen nehmen sollen! Äh... Brauchen! Yes! Leute! Schon wieder gefunden hier! Kann ich da was rausnehmen? Was steht da? Out of order! Ah! Okay! Die sollen mir jetzt... Ich kann mir jetzt Orange... Eggs... Pick up for Orange Juice... Talk to Cashier... Ja! You wanna buy this Orange Juice? Yes! 30 bucks! Oh mein Gott! Na ja, okay, gut! Dann komm hier! Dann kriegst du deine... So! Ja! Uff! Das war aber teuer, du! Aber ich glaube ich muss das jetzt trinken, oder? Irgendwie... Hab ich das Gefühl, als ob hier meine Lebensleistung so'n bisschen weg geht... Ich schau mich mal noch ein bisschen weiter um! Leute! Es gibt hier anscheinend... Out of order! Hier ist ja einfach... Einfach alles out of order, oder? Feed me so, oder? Okay, also... Dann schau ich mir... Okay... Die Stadt... Ist... Sehr, sehr klein... Man kommt hier nicht vorbei... Da liegt sehr, sehr gruseligerweise eine... Komische Puppe... Und da ist einfach alles versperrt... Leute! Das ist ein Warnzeichen, dass man da nicht weitergehen sollte... Und das Beste wäre einfach zurück ins Bett und schlafen... Also... Anders kann ich es mir nicht vorstellen... Anders... Oder... Ist ja wieder Geld... Wie mir geht das Auto hier? Und wieso ist es so flach? Das ist my car... Cashier... Ah, okay... Macht Sinn... No item... Hm... Komisch... Also ich muss sagen, Leute... Ich glaube, ich habe schon die meisten... Ah, ne... Man kann ja noch welche kaufen... Naja... Okay... Thanks... Okay... Kann ich das trinken? So... Habe ich denn natürlich eigentlich mehr Zeit? Nein, okay... Nein, okay... Habe ich nicht... Habe ich nicht... Okay... So... Als wirklich zu sagen... Ich muss wirklich in diesen komischen Raum... Weil sonst... Weiß ich nicht... Wie ich das Spiel jetzt noch beenden kann... In diesen hier... Oh mein Gott... Ist der gruselig... Wieso bist du da so eine komische Figur? Interact... Aber ich kann mich noch bewegen... Das heißt... Keine Ahnung, was das heißt... Ey, das ist ein Sticker... Cool... What just happened? I don't know... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht... Ah, hier... Hier kommt irgendwie Geld zurück, ne... Also... Leute... Was passiert hier? Toothpaste... Ich habe anscheinend jetzt schon alles gegessen... Ähm... Switch Light On... Ich mache jetzt einmal über das Licht an... Vielleicht passiert da dann ja was... Kommt dadurch ein Snack... Nein, glaube ich auch nicht, oder? So... Hier richtig überall wieder Geld... Nein... Aha... Ah, okay... Jetzt kann ich hier glaube ich... Ich kann jetzt das Ei hier... Ähm... Braten, oder? Yay... Kann ich hier... Mein... Essen essen... Ich esse es jetzt einfach mal, ne... Ah, hier ist noch eine Anleitung... Get Egg... Cook Egg on Stove... Place Cook Egg on... Oh... Ach sooo... Muss das gemacht werden... Alles klar... Alles klar... Kein Problem... Oh man... So... Okay... Jetzt... Turn on... So... How to make good breakfast... Get Egg habe ich... Cook Egg on Stove... Ist gleich dabei... Okay, so... So... Jetzt ist es dann... Gucken... Und dann... Place Cook Egg on Plate... Place Orange Juice... Nein... Ich habe meinen... Ich habe meinen Orange Juice schon... Äh... Gegessen... Okay... Ich laufe nochmal eben schnell los... Und dann hole ich noch schnell meinen Orange Juice... Habe ich noch... Nein... Ich habe den getrunken... Ich glaube den habe ich gar nicht mehr... Oh man... Schnell schnell... Schnell schnell... Schnell schnell... Lauf, 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 lauf... Lauf, lauf... Ich muss dich beeilen... Ich habe glaube ich nicht mehr so viel Zeit oder? Ich glaube... Ich habe nur noch 72 Sekunden... Oh nein... Orange Juice ist weg... Oh... Ich habe es getrunken... Was ist das denn hier? Pick up... Wie viel... Timeless... Shifting... Okay... Keine Ahnung was das bedeutet... Aber ich nehme einfach hier nochmal... Was ist das hier? Was kann ich damit machen? Okay, Leute, man sieht hier, ich hab keine Ahnung, Leute, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare machen, wie ich das Spiel, äh, Kommentare schreiben, wie ich das Spiel hier, äh, besiege, schaffe, nicht besiege, Mann, oh, jetzt was passiert, und zwar Ending, Hausfeier, ups, nein, Leute, das solltet ihr niemals machen, Herd anmachen und dann einfach, äh, unbeaufsichtigt lassen, wie man sieht, hab ich das jetzt verloren, naja, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr die Lösung oder, wenn ihr andere Endings hattet, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mich das wissen, und, äh, welche mir noch fehlen, das würde mich auch interessieren, und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß, bis dann, ciao!